Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Attack on Titan. In der letzten Folge dachten wir eigentlich, dass wir, nachdem wir den weiblichen Titan gefangen haben, eigentlich die Geschichte zu Ende ist. Aber nein, Leute, es geht weiter, endlich, es geht weiter. Wir erfahren endlich ein bisschen mehr über Attack on Titan. Ich glaube auch, das geht jetzt in die zweite Staffel rein, die Juni, Juli eigentlich rauskommen sollte. Also ihr Lieben, es wird gespoidert wahrscheinlich. Wer sich lieber zuerst ein Anime angucken möchte, dann zuerst das angucken, würde ich einfach mal behaupten. Und sagen, ja, auf jeden Fall, wir sind, keine Ahnung, wo wir sind. Wir haben auf jeden Fall unseren Kollegen in der letzten Folge geholfen und der möchte unser Freund werden. Ich kann nicht glauben, dass sich Mike freiwillig als Zitanköder gemeldet hat. Der ist doch total verrückt. Ich hoffe, er überlebt das. Ich glaube, der ist schon tot, oder? Er wird das schon schaffen, wir müssen einfach an ihn glauben. Ich kriege langsam ein ungutes Gefühl. Machen wir einfach das. Natürlich, wir haben ja mit eigenen Augen gesehen, wozu er fähig ist. Er wird das schaffen. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Wir haben keine Ahnung, wie dieser Kampf enden wird. Aber es hat keinen Zweck, sich jetzt schon Sorgen zu machen. Natürlich werden wir das nicht. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Es freut mich, dass es dir gut geht. Lauf weiter und schließe dich der Einheit im Norden an. Im Norden? Sascha ist nach Norden gegangen. Ich mache mich nach Süden auf und Lannabar nach Westen. Damit trennen wir uns zwar, aber du wirst schon zurechtkommen. Natürlich. Bereit zum Ausrücken, Lippenpflege? Nein! Äh, ich meinte ja, natürlich. Nicht eine Sekunde zu früh. Wir brechen ins Klub so auf. Das ist wunderschön. Ich gehe also zu Sascha und unterstütze sie. Äh, hier rein. Gut. Schauen wir mal, was da, du Fakt, jetzt ist. Äh, hier rein. Ich bin schon im Moment. Was ist das? Äh, 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 das ist... Äh, äh, was... Oh! Oh! Das ist das, was ich? Oh! Was ist das? Oh! Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Komm, geht's! Ich bin nicht los! Na, jetzt kommt der Held. Scheiße. Auf sie müssen wir auch aufpassen. Hallo! Da ist es. So. Aber du sagst. Ich bin sicher. Schau dir den Held. Ich bin sicher. Was? Da war ich doch gerade da hinten. Ich bin sicher. Danke. Ich bin sicher. Ich werde die Frau überlassen. Kann ich euch anheuern? Das sind Dämoner. Sascha und Kim sind da. So, dann wollen wir mal. Ich bin hier ganz alleine. Alter, ich bin hier ganz alleine. Ich bin hier ganz alleine. Bis das Pferd mal kommt, ey. Ich bin hier ganz alleine. Ich bin hier ganz alleine. Alles da? Dann wollen wir mal einfach nur ein Kind retten? Ich bin hier ganz alleine. 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 Ich hätte das Ding da hinten auch, so sorry. Jetzt aber! So, den da oben wären wir noch. Ich habe das Ding da oben. Ich habe das Ding da oben. Sie brauchen da hinten auch alle Hilfe, aber eher. Ja, was ist? Lauft! Oh. Ich darf den alleine bilden? Hallo? Oh, meine Nase jufft. Was sollte das denn für ein Ding sein? Und doch mal, kommst du! Ja. Geschafft. Na ja, ihr habt ja nichts gemacht, ich war das. Du kannst dich mit dem Brot revanchieren, du kannst dich mit einer Kartoffel revanchieren, und du kannst dich mit ... Äh ... Äh ... So. Hätte ich jetzt ... Hätte ich was anderes nehmen sollen? Ich hätte vielleicht nehmen sollen, glaube ich. Ich habe keine Probleme. Hm? Du? Ja! Die 104-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr. Äh ... Ok ... Äh ... Ok ... Ich konnte mich doch nur mit ... Beim Essen entscheiden. Äh ... Oh ... Wir haben Leichtstahl bekommen. Wer ist das? Den kenne ich doch irgendwoher. Ich konnte bei der Rettung von Saschas Einheit mithelfen. Das ist wunderschön. So. Wer möchte mein Kumpel sein? Oh ... Wunderlich hätten wir es nicht geschafft. Moment mal. Warst du nicht so anders stationiert? Ich konnte mich davon schlächen. Sie lassen mich durch die verschiedenen Einheiten wechseln. Ich habe gespürt, dass ihr in Schwierigkeiten wart. Ähm ... Äh ... Nicht durch die verschiedenen ... Ähm ... Hier ... Nimm mich ... Wirklich? Unglaublich. Das hast du ... Hast du ... Besser uns dem Plötzlich ... Äh ... Wie auch immer. Du warst auf dem Weg zur Ostfront, oder? Ich will dich nicht weit aufhalten. Aber sei vorsichtig da draußen. Ich drück dir die Daumen. Danke dir. Danke dir. Bitte, bitte. Gut, dann würde ich sagen ... Oh ... Gehen wir mal kurz hier gucken. Was wir hier haben ... Oh, das ist neu. Ah, nein. Das ist neu. Das ist neu. Gasdruck. Äh ... Vielleicht nehme ich das. Machen wir einfach mal. Ankerreichweite. Ist nicht besonders viel Einhorn. Klingelänge. Geht auch 20 runter. Klingelänge. Ich kaufe es einfach mal. Ich meinte, ich habe ja genug Geld. Äh ... Nein. Erstmal noch nicht. Vielleicht kann man das irgendwie verbessern. Nein. Ausrüsten. Nein. Verstärken. Dann machen wir mal ... 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 Dann ... Lasst uns mal hier gucken. Oh, das geht. Das wurde schon ... Wir wechseln das einfach mal. schon wieder dann würde ich mal die machen geht nicht dann würde ich mal die machen die habe ich jetzt angelegt oder ich glaube die habe ich angelegt warum die auch immer einen stern haben ich habe keine ahnung alles klar wir konnten aber noch was machen fertigkeiten machen wir einfach mal verkürzt die abklingenzeit für kameradenaktion leicht machen wir einfach mal gestorben wird nicht verringert die anzeige geschwindigkeit erheblich wenn du von titan muss ich genügend punkte ach das war ah das braucht fünf stärke lassen wir mal oh alte ausrüstung okay und komme ich mir trotzdem nicht irgendwie besser vor dann würde ich sagen ja wie gehen zur ostfront und schauen wir mal was da auf uns alles zukommt ich weiß nicht Die巨人 werden nicht mehr hier verletzt. Ich weiß nicht, dass alle die Menschen in Trostok sind. Wir gehen. Geh mir das. Das ist nicht so gut. Ich bin sehr froh. Ich werde es warten. Ich bin nicht mehr als ein, die巨人 sind. Ja dann, uaah, und los geht's. Ich geh da erstmal lang. Kann ich dich mitnehmen? Komm ich später hin? Ich muss erstmal hier... Oh, das sind so viele. Ich geh erstmal da hinten hin. Entschuldigung! Er wird gebit. Herr Kommit defense hier! Los geht's! Ich bin da! Ja, den haben wir. Bis das Pferd ankommt, bin ich schon längst da. Gut, dann eben nochmal. Gut, dann eben nochmal. Gut, dann wollen wir erstmal zu denen da hinten. Gut, dann rennen wir jetzt da hinten hin. Dann werden wir jetzt hier auch angegriffen. Dann rennen wir rüber und... Bunny? Ich hoffe, ich komme noch zu denen rechtzeitig hin. Ich gehe erstmal zu denen. Ich will die D-Leute da oben noch mit haben. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, das bekommt ihr da hinten hin. Was macht ein Titan eigentlich da hinten? Hm? Pferd? Okay, danke. Nehmen wir einfach mal nach, da ist was, Hannes! Hallo? So, dann wollen wir mal Hannes helfen? Da kann ich dir helfen! Da hockt einer noch unten, ich hoffe, das wird jetzt nicht... Der Zerstör von den 1-Titan? Hannes hat sich wieder in Bewegung... Achso! Achso, ich renne einfach vor, ich trotte! Das ist sehr schön! Wo sollen wir die? Haben wir's? Wow! Wir haben's geschafft! Das ist doch... Dann wollen wir mal? Dann wollen wir mal? Oh... Uh... Dann wollen wir mal. Ach so, wir haben die Hände. Soll das! Das ist doch so. 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 Oh, da wird irgendwas angegriffen. So, dann können wir ja eigentlich weiter und... Dann machen wir erst mal hier die Front. Ich weiß, was gab es gerade? Na komm, das Pferd! Ey, das Pferd müsste eigentlich schneller sein als wir, aber egal. Oh, da? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, ich will den Arm haben. Ja, den. Ich hoffe, wir machen ja. Ich kann leider nicht zu den einen da unten hin. Ja, ich will den Arm. Kampas? Wir hatten Glück, vielleicht gibt es keinen Durchbruch, alles wird gut. Sagen wir das Kommando, wo du das Kommando hast, ich würde sagen wir hatten keine Ahnung. Immer dieser Schlag auf die Brust, Autsch. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das war's für heute. Wir haben das Kampas. Wir haben das Kampas. Das war's für heute. Es ist komisch. Oder die Tan hat sich vollgefressen. Ich glaube, die Tan hat alle gefressen und freut sich dahin. Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Ich habe nichts gehört. Es gibt keinen Job. Das war's für heute. Da ist doch irgendwas im Argen, würde ich mal sagen. Ich drück mal weiter. Ich habe mich gelacht. Kann ich weitermachen? Ich warte noch immer nach 4ahen Abkommen. Ich habe mich gerade den Reinhard. Ich bin schuldig, ob ich diesen Reinhard. Tatsächlich werde ich mich nicht weggewachsen. Oh, ich muss die Reinhard. Ich muss die Reinhard. Wo sind die Kursche von Wurzeln? Vielleicht ist es ein wenig zu tun. Ja, das ist wirklich nur ein Kurschen. Die Kurschen ist wirklich nicht verletzend. Das ist das für morgen Arbeit. Ich bin jetzt ein paar Kurschen. Alle sind fix und fertig. Ich kann immer noch weitermachen. Ich könnte vor Hunger sterben. Alle sind fix und fertig, so. Ich würde mich sicherlich haben, aber ich würde mich sicher überraschen. Bis dahin kann ich mich offenbar ausruhen. Das werden wir doch auch machen, ihr Lieben. Und ich glaube, ich werde... schon mal hier einen Cut machen. Ja, heute ist die Folge um 10 Minuten, ein bisschen kürzer. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.